Herzlich Willkommen wieder zu einem Video aus der Reihe Smartphone Fotografie. In diesem Video erfährst du, wie man mit der Drittel Regel gelungene Fotos machen kann, und wo ich dies am Beispiel der Android App Camera MX mache, kannst du diese Inhalte natürlich auch mit anderen Kamera Apps dann umsetzen. Ich zeige es dir jetzt der App Camera MX, die gratis ist, die kostenlos ist in der Regel. Und wenn du eine grundlegende Einführung möchtest zur Camera MX, dann kannst du in der Playlist nachschauen. Ich habe hier ein Einführungsvideo zur Camera MX gemacht, und wieder einfacher mit der App Camera MX tolle Smartphone Fotos machst, das ist vorweg. Wir gehen das Schritt für Schritt durch. Das wird also gut zu verstehen sein, aber am Ende gibt es wieder eine Übungsaufgabe, dass man so das Wissen, was man sich aneignet, die Fertigkeiten, Kompetenzen dann gut umsetzen kann. Ja, gehen wir gleich einmal hinein. Um diese Drittel Regel gut nutzen zu können, geht man bei den Einstellungen hinein, bei Camera MX, und lässt sich hier die Gitternetzlinien einblenden. Das geht an und für sich bei jeder moderneren Foto-App, ist das möglich. Und man geht eben dann hinein und klickt dann so lang, bis man dann hier dieses Gitter dann eingeblendet hat. Bitte nicht verwechseln dann mit den Neigungslinien. Hier geht es einfach wirklich um die Gitternetzlinien, und die teilen dir dann den Bildschirm hier in so ein, dass man eben dann zwei waagrechte Linien hat und zersenkrechte Linien hat, und daraus ergeben sich dann unterschiedliche Rechtecke. Da kann man dann gezielt dann sich ein Foto anschauen, Motive anschauen, und kann sie dann ganz gezielt dann anordnen. Weil das Ziel sein sollte, dass man nicht nur in die Mitte einfach etwas stellt in einem Foto, sondern aufregender ist es, spannender ist es, wenn man das in einer anderen Form macht. Schauen wir uns das gleiche an einem Beispiel an mit der Drittel Regel. Eine Drittel Regel bedeutet, dass ich mir das Display, meine Motive dann in Drittel einteile. Man könnte das senkrecht machen, aber auch waagrecht. Ich habe das jetzt hier mal im Beispiel waagrecht genommen. Im unteren Bereich habe ich hier etwas, in der Mitte habe ich hier etwas, und im oberen Bereich habe ich hier etwas angeordnet. Ich habe es also dreiteilig dann vorgenommen, um bestimmte Schwerpunkte, vielleicht auch Tiefe zu erzeugen. In dem Fall habe ich hier einen Bach in einem Wald fotografiert, der nach hinten dann sich herumschlängelt, um diesen einen Felsen dann. Und in dem Fall habe ich hier die Aufstellung so gemacht, dass ich hier vorn dann einen Felsen reingenommen habe. Im letzten Video bin ich schon darauf eingegangen, Vordergrund macht Bild gesund. Das heißt, etwas im Vordergrund macht es etwas spannender. Dann kann ich damit spielen, ob ich den Vordergrund scharf stelle oder den Hintergrund. Das werden wir uns dann noch in einem anderen Zusammenhang anschauen. Ja, und da geht es eben dann darum, dass ich mir das Bild hier in der Drittel Regel, ein Drittel, zwei Drittel dann einteile. Und zum Beispiel sage, ja, ein Drittel ist zum Beispiel eine Wiese im Vordergrund, und zwei Drittel wäre dann zum Beispiel der Himmel. Ich glaube, es dürfte es klar sein, was die Drittel Regel ist. Und ich lade dich wieder ein zu einem Übungsbeispiel. Such dir wieder das Bildformat aus, 1 zu 1, 16 zu 9 oder 4 zu 3. In einem anderen Video bin ich schon darauf eingegangen. Zum Beispiel darauf, dass man 16 zu 9 zum Beispiel bei Landschaftsaufnahmen, ruhigeren Aufnahmen verwenden sollte, wenn das Motiv eher ruhiger ist. Ein bisschen aufregender, vielleicht 4 zu 3. Das ist aber dann im Hochformat. Ja, und mache jetzt ein Foto, wo diese Drittel Regelung einen Sinn macht. Und schaue in dem Fall, dass das unterste Drittel jetzt der Vordergrund ist, und dass man wirklich im mittleren Drittel eine Mitte findet, dass du etwas wirklich in der Mitte anordnest, und der obere Teil sollte dann im Hintergrund darstellen, wie zum Beispiel einen Himmel oder auch etwas anderes. Das ist gar nicht so einfach. Überlege mal, wo kannst du Motive finden, die du dann nach Dritteln dann einordnen könntest. Und das in dem Fall hier in einer waagerechten Form, oder je nach Wunsch dann auch natürlich senkrecht, dass du Drittelungen findest, wenn du vor einem Gebäude stehst. Dann nimmst du einen Teil aus Drittel wahr, und das benachbarte Gebäude ebenfalls. Ja, deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Gut, danke für deine Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Untertitelung des ZDF für funk, 2017